Ha! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Remco LP. Leute, was geht? Wie steht's? Hoffentlich steht alles senkrecht und ich hoffe, ihr habt richtig Spaß im Leben. Denn das ist das, was man am meisten braucht. Spaß im Leben. So, wir fahren wieder mit dem Tiger E. Ich habe zwar versprochen, den ein bisschen aufzuschen, offscreen, aber das war irgendwie nicht möglich, weil... Ach, das ist richtig stressig in letzter Zeit. Aber naja, was soll's. Wir versuchen unser Westes. Und fahren dann schon mal los. Oh, ihr geht's auch gleich los mit dem Ding Nase und mein, 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 so. Vorwärts. Marsch, Marsch. Oh, ich bin wieder auf dem russischen Server gelandet. Wie man unschwer erkennen kann in dem Chatding am... Im Chatfenster. Ich wüsste sogar nicht, wo ich langfahren soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn ich hier unten langfahre... Das ist... keine Ahnung, das wüsste, glaube ich, gleich weggeballert. Können wir trotzdem mal hinfahren und gucken. Hier und da. Bisschen hier rumtricksen und rumtarieren. Ich möchte mir dann nachschauen, was dir steht. Mal gucken. So. Dann kommt ein NPC an. Nice. Läuft doch. Ich wollte gerade sagen, mal gucken, ob es sich lohnt, überhaupt drauf zu schießen, aber naja. Das ist ja gelungen. Das Kleinvieh macht auch Mist. Und wir geben der IS-1 Deckung, damit er zuvor rücken kann. Und wir stehen hier schön bedrohlich. Na, das können wir auch gleich vorrücken. Und zwar jetzt. Der Verband ist, glaube ich, ein bisschen stärker, als wenn wir uns da hinten hinstellen, obwohl das auch eine sehr gute Position für uns war. Dann versuchen wir uns jetzt hier hinzuschleichen. Das ist wieder schön anschrägen. Dann guckt er, geht er nämlich schon low. Nämlich schon grenzig für den Tiefchen reißig. Okay, der kam von der Seite der Schuss. savior weg tier 34 weg das ist jetzt verdeckt worden alter, das war knapp da kam die auf einmal bei dir rum Gehen wir mal an, hier Deckung geben. Die müssten uns ja eigentlich Deckung geben, rein theoretisch. Man sieht, der hat mir nicht schon einen. Scheiße. Zurück, 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 zurück. Das gibt's doch nicht, ey. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen. Oh, Tiger E ist jetzt weggeplatzt. Musst du tot sein? Okay, jetzt können wir vor. Los, 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 los. Beschützt mich. Gib mir Deckung. Fuck. Aha. Okay, die 11152 musste weg. Das ist unsere Chance, jetzt schnell durchzufahren. Muss aber auch nicht, wohin. Ah, hier, die Hausseite. Da können wir uns hinstellen. Scheiße, Steine. Ne. Geh rückwärts. Komm schon. Nice. Nice, nice, nice. Hier müssten wir eigentlich ziemlich gut gedeckt sein, hoffe ich. Na, wie ihr seht, meine Leute sind noch nicht wirklich gut ausgerüstet. Was heißt gut ausgerüstet? Ja, die wissen genau, wo ich bin. Obwohl das ja immer pauschal kommt, diese Meldung, ne? So, ich glaube, ich werde jetzt einen Teufel tun, da hochzufahren. Alter, das knallt hier und rummult. Alter, Mann. Ich muss Abstand gewinnen. Scheiße, wenn die Bombenfahrer wissen, so bescheid, dass ich hier bin. Zurück, 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 zurück. Scheiße. Na, jetzt ist es irgendwie zu spät. Scheiße. Oh, hier ist noch ein Haus, Alter. Oh, nein. Fuck. Fuck. Ich bin noch denkbar ungünstig. Ganglas raus. Mal hier rumgucken, rumlunzen. Oh, 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 oh. Da oben, habt ihr gesehen? Hat einer rüber gelungen. Scheiße, ich komme ja auch nicht weg, ne? Das ist so schwer, der ist so langsam, wenn ich jetzt abhauen wollen würde. Der Panzer. Genau auf die Ecke. Komm schon. Hier ist der Junge. Scheiße. Ach, fuck. Ja, jetzt muss ich von oben weg genützt, Alter. Fickt euch doch, ey, ganz ehrlich. Ich hab auch wieder ein Top-Team, ne? Also ganz ehrlich. Ich würde auch nicht sagen, so schwer ist da diesen Punkt da hier oben alles zu halten. Das ist ja auch ein guter Punkt hier. Ah, der ist wenigstens Feuerlöscher. Da schießen sie kräftig. Wenn sie nicht da lang fahren, müsste ich eigentlich runtergucken können, hoffe ich. Das ist ja egal. Schade, hat der ein Glück, dass ich da draußen nicht runter machen kann, ey. Oh, fuck, die IS-2, oh, oh. Nö. Das heißt, das kühn Kopf bewahren und hier nicht, äh, runterpreschen. Abschlusshilfe, nice. Oh nein, Tiger, 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 Tiger. Ja, genau, auch wieder mein Dings, ey. Komm. Ey, das ist so nervig, dass die immer da oben reinschießen, ey. N-Dreh! Nein! Eine Scheiß-Position hier. Man kann sich ballern, wie du willst, und Penner, ne? Na, das war's. Ich glaub, ich bleib hier stehen. Runde ist eh gelaufen. Ja, super, war ja klar. Oh, wie ich das hasse, diese drecksverkackten Flugzeug-Scheiße hier, ey. Ganz ehrlich. Der totale Nonsen, dass sie die Dinger hier mit reingenommen haben, ey. Toll, back to the roots, Alter. Also mit dem Tiger fahren, den ich hier schon alles hervorschotte, ja, ganz ehrlich. Alter. Ja, Flak. Musst mal ballern, Alter, ganz ähnlich. Ja, Punkt A angreifen. Die schmeißen ja aber auch alles rein, ne? Das ganze Material ist an mir. Ich glaub, ich kann mal gucken, was bereichen würde. Was? Wenn wir hier irgendwo überfahren. Ich hoffe, was gut ist. Der steht ja kaputt bei. Warum? Weil? Ja, genau. Jawoll, weg damit. Ich bin mir nicht. Ich bin mir kein bisschen. Oh! Komm schon, rückwärtsgang. Nice. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das nur wenden kann, das Blatt. Ich bin nicht sicher, dass ich das nur wenden kann. Alter, wie schnell die Flugzeuge immer weg sind, das ist der Wahnsinn, ey. Als ob da werde ich die ganze Zeit nur mit dem Flieger und fliegen, ey. Ne, wir fahren zurück, fahren zurück da, wo wir eingenommen haben, den Punkt. In der Position fahren wir zurück, wo das Beste. Noch nichts. Ja, genau. Hm. Und das war's. Und tschüss. Ey, Alter, ganz ehrlich. Ja, genau, durch die stärkste gepanzerte Stelle. Ehrlich. Einfach nur herrlich, so was. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zurück zum Hangar. Nächste Runde wird's hoffentlich besser. Tschüss.